Unter strahlendem Sonnenschein beginnt die Vorbereitung auf das Spiel am Freitag gegen Augsburg. Es ist ein richtungsweisendes Spiel. Ja, es ist natürlich ein Spiel für, in erster Linie für Augsburg, einen entscheidenden Charakter hat. Ich denke, Augsburg hat im Rettungsplan natürlich einen Heimsee gegen uns eingeplant, dessen sind wir uns bewusst. Wir sind aber auch sehr stabil im Moment, haben uns leider nicht mit dem Dreier belohnen können in den letzten Wochen, haben wir aber vor, jetzt da den Bock umzustoßen und auswärts auch im Dreier einzufahren. Untertitelung des ZDF, 2020